Der Feind ist dem Feind gelungen, die Front in Breiterformation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Fronau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marlsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Das bleibt mir im Raum, Keiter, Jögel, Krebs und Butter. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner war ein Befehl! Wer schickt Sie? Der Angriff Steiner hat mir verlogen, sogar die OSS! Die gesamte Generalität ist nicht zweiter als ein Haufen niederprestiger, treuloser Feindlinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbringen... Die Stadt Feindlinge! Verreicht ein Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist der Geschmolz des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademie zugebracht haben, nur um zu lallen, wie man Messer und Krabbel hält! Jahrelang ist das Militär-Malationen nur behindert! Es hat mich jeden nur als bestätigen Widerstand in den Weg gelegt! Ich hatte gut daran getan, um jahrelang alle Höroffiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie, und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt, ganz Europa erobert! Verräter! Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheuer Verrat geübt am deutschen Volke! Aber alle dieser Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen! Sie wird erzaufen in ihrem eigenen Blut! Bitte, Gerla. Jetzt beruhig dich doch. Meine Befehle sind in den Wind gesprochen. Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen. Es ist aus. Der Krieg ist verloren. Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen bei Ihnen verlasse, irren Sie sich gewaltig! Eher jagge ich mir eine Kugel durch den Kopf! Tun Sie, was Sie wollen! Jetzt nicht mit Ihnen beispielieren! Ich werde dir das, was Sie wollen! Untertitelung des ZDF, 2020